Gibt Antimonastata, Senaktinium, Aluminium und Sauerkohlenwasser, Stickstoff, Lithium, Gardolinium Gibt Wolframzins, Zerkonium und Osmium und Renium, Uranselen und Eisen, Ameritium und Rutenium Gibt Lanthan, Livermorium, Laurentium, Vanadium, Flonatrium, Neptunium, Röntgenium und Radium Gibt Indium, Copernitium, Aeropium und Thallium Und Chorium und Dobnium und Hasium und Gallium Gibt Etrium, Iterbium und Rhodium, Rubidium, Darmstatium, Siborgium und Silber und Iridium Und Strontium und Silizium und Schwefel und Samarium, Beryllium, Kobalt, Nickel, Mangan, Bismuth, Nyob und Barium Gibt Holmium und Helium und Hafnium und Erbium und Phosphor, Thermium, Franzium, Fluorovium und Terbium Gibt Molybden, Organeson, Maidnerium, Magnesium, Disposium und Scandium, Rathafordium und Cesium Gibt Neodym, Praseodym, Prometium, Plutonium, Plus Platin, Protaktinium, Palladium, Polonium, Titan und Tello, Tantal, Tennis, Tulium, Technetium Und Kupfer, Calcium, Kalium und Cadmium und Lutetium Gamanium, Nihonium, Kalifornium, Berkelium, Moscovium, Mendelevium, Einsteinium, Nobelium Und Argon, Krypton, Neon, Radon, Xenon, Sync und Thorium Und Blurzer, Gold, Bromium, Black, Rumpel, Quack, Sibber und Borium Das sind die Elemente, die uns bis heut bekannt sind Ob die nächsten 118 wohl genauso interessant sind Willkommen unglaublich am Ende Woah, wie ist diehaar? Schubl czu. beaten